Hallo und herzlich willkommen hier bei LungenGermanReviews Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit Horizon Zero Dawn Und, was machst du da? Äh, wir haben letztes Mal hier einen Sägezahn getötet und Banditen getötet Und viele, viele tolle Sachen gemacht Und ich wollte heute mal weitermachen mit ein paar Nebenaufträgen Und zwar werde ich heute, äh, die Bootstätte Sigma Einfach mal auslöschen, oder was ich auch immer da machen muss Ähm Da muss ich jetzt auf jeden Fall hin, warum? Ach, kann ich mehr schnell laufen? Ah, doch, keiner wohl Ich will nur nicht so schnell die Berge runterlaufen Okay, kann ich verstehen Das kann ja auch ganz schön, äh, gruselig sein, ne? Oh, reiten wir mal Komm, jetzt, jetzt stellst du dich aber affig an hier Reiten wir mal durch die schöne Landschaft Von Horizon Zero Dawn Ganz ehrlich, echt schön ist Hier müssten die Maschinen auf Hauptmann-Balans-Patrouille getroffen sein Das ist noch ein Sägezahn Nehm ich den mit? Ach komm, den nehm ich hier mit Moment Oh shit Aha, das geht nicht So, Feuerpfeile Gib ihm Okay, vorne ist es weggebrochen Holy shit Alter Okay, sein Fuß ist kaputt Jetzt ist er auch kaputt Alter Machen die einen Schaden Kühlsaft Irgendwie lohnt sich das nicht so wirklich Den zu töten Darf ich, was ich damit verliere? Das ist krass Guck mal, wie schön das aussieht Als wenn das nur ein paar Kühe am Weiden sind Oder halt Pferde So, hier muss ich weiter lang Guten Tag So, ich muss auch gleich mal auf den Wegrand immer mal gucken Ob hier irgendwo heilende Sachen sind Oh, ich laufe gerade falsch unten rum Nice Hier haben wir noch einen Sägezahn Aber ist mir gerade egal Er will sich verarschen Oh ne, jetzt haben wir beide einen Sägezahn Haben wir jetzt Vielleicht könnte man sie überbrücken Aber wo kann ich das lernen? Hier haben die zu viel Hier ist super viel Heilung Ja, da bin ich genau reingesprungen Du, warum greift ich den Sägezahn an? Ich bin tot Nee Scheiße Ich wollte eigentlich da wegen den Blüten hin Aber der Sägezahn war da Mann, was bist du für einer? Warum ist der da? Oh, schade Es hätte so Es hätte so So Schön sein können Meine Fresse, manchmal habe ich auch so eine Sprachbarriere Verwende die Verteidigungswelle des Schattenkriegerbogens Um Maschinen zu Feinden jeder Keine Ahnung Ich weiß nicht mehr, was da stand Weil das jetzt einfach weggemacht haben Perfektionäre dein Können als Maschinenjägerin In den Jagdgebieten Dankeschön, dass ich noch nicht mal weiterlesen konnte Und schön, dass ich jetzt auch wieder hier hinten bin So, nein, ich möchte mich immer noch nicht der Meridan begeben Ich möchte jetzt immer noch Die Brutstätte Sigma Auslöschen Und ich kann ja auch Weil ich gerade so weit weg bin Und keinen Bock habe Da wieder hin zu Düseln Werde ich mal eben reisen Und zwar Ganz genau Hier hin Ja Ich möchte jetzt einfach mal benutzen Diese Schnellreispakete Weil Wenn ich die nicht benutze Bringt es mir nichts Dann habe ich die halt im Inventar Ja Deswegen Das wäre doof Dann habe ich die bis zum Spielende im Inventar Und kann damit nie was machen Deswegen soll ich es mal nochmal benutzen Und Überbrücke Langhälse Um Kartenbereiche freizulegen Und Maschinenareale zu entdecken Ich finde das Hintergrundbild interessant War das nicht da, wo ich einmal aufgewacht bin? In der vor, 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 vor Und noch so Äh Vorletzten Folge Ich glaube schon Schaden wird durch irgendwas angezeigt Glaube ich Lagerfeuer Okay, mach doch Sinn Die Lagerfeuer immer mal anzuschmeißen Äh, merke ich gerade Aber dann kann ich immer mal hin teleportieren Mich dorthin teleportieren Das ist ganz gut Also, sobald ich ein Lagerfeuer sehe Einfach mal hin teleportieren Ach, nicht hin teleportieren Ähm Das anwerfen Haben wir nicht diesen Weg hier in der Demo Ach, nicht in der Demo In der E3 Im DE3 Trailer gesehen Ich glaube schon Was haben wir hier? Haben wir die hier? Haben wir hier auch Läufer? Hier haben wir glaube ich nur die hier, ne? Überbriefe Dralls Geschichte Das werde ich gleich machen Aber wir haben hier nur Läufer und Äh Ich weiß nicht, nochmal Graser, genau Ich brauche, ne Läufer nicht Meine Güte Wächter und Graser Vorne haben wir auch wieder Graser Ich suche aber mal ein paar Wächter Wäre ganz cool Ach Meine Güte Ich suche doch keine Wächter Ich suche, ähm Und eine hiervon Läufer suche ich Keine Wächter Ich brauche hier einen Wächter Oh, dann wirst du mal heilen Und gib es zu mir Give it to me, Baby So, kann ich hier einfach durchlaufen Ja, einfach Naja, da habe ich nichts Das habe ich nämlich voll im Inventar Ah, okay Als Gibt der mir direkt Nochmal Natürlich, warum auch nicht Ich wollte dich nur beherrschen Ich wollte dich nicht töten Dich wollte ich eigentlich auch nicht töten Aber da du jetzt hier bist Und mich schlagen möchtest Aber ich Cool Neben dir stehe Und einfach keine Angst habe Töte ich dich jetzt Feuer Ah, jetzt So wird's gehen Ja Ich dachte nicht, dass ich so ein So viel ich Leben habe Ich habe nicht so wenig Leben So wenig Medizin Bekomme Ich glaube ich muss mal upgraden Warte Habe ich nicht sogar Punkte Ich habe fünf Punkte Ach du Scheiße Ach so Chance auf mehr Rohstoffe beim Blinden Von vernichteten Maschinen Ich möchte aber mehr Vernichteten Maschinen Stell Rohstoffmenge Mehr Munition her Ah, schade Was habe ich hier? Okay, für eine lange Ausweichrolle Chance Was kriege ich danach? Ein starker Schlag Oh, das ist cool Okay Ich gucke gerade mal Was ich so dazukriege Oh, das ist geil Mache ich das hier mal? Dann würde ich auch mal sagen, dass ich das hier mache Kann ich nämlich als Nest das hier machen Ja Das sind sehr, sehr, sehr coole Angaben Sehr, sehr gute Angaben war ich natürlich Nicht sehr, sehr coole Cool vielleicht auch Aber sehr, sehr gute So, was haben wir hier? Davon haben wir einen Dude Aber erst haben wir was zum Heilen So, hört sich das nicht an gerade Ich muss hier erst mal Sachen suchen Sammeln Das ist gerade wichtiger für mich So, den noch mehr zum Heilen Die Sachen noch Okay, gut, dass ihr so doll abgeschlachtet werdet Dit Weil hier keiner ist Vielleicht ein kleines Häschen Aber ich glaube, dass wir euch nicht töten So Guten Tag Was hast du denn da? Ach ne, mit dir kann ich nicht reden Mit dir kann ich reden Wir brauchen Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben Es stand Munition drauf Aber Reinholz war drin Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes Ich will dir gerne helfen Schön zu hören Wir brauchen je Alarm! Langbein gesichtet! Langbein? Ach du Scheiße Ein Langbein Erstmal die hier ausschalten Holy shit Holy shit Holy fuck Boah, ein irgendein Tier handelt mich so ein Langbein Ich weiß aber nicht mehr, an welches Das kann auch Oh shit Ich weiß nicht mehr, wie das Tier heißt Irgendein Tier bläst auch den Brustkorb so auf damit dass die Weibchen Ähm Nein, nicht sterben Ja genau Ist er jetzt tot? Nein Ich bin noch weg Beziehungsweise ich bin dabei Deswegen lag ich übrigens so viel Heiler Okay, der ist tot Oh nein Oh nein, die sind doof Aua Ich will dir mehr Schaden Und wie viel mehr Schaden die auch machen, ne? Im Gegensatz zu dem langen Bein Obwohl der langen Bein so groß war Oh shit Wird heilen Mal einen schönen Schlag Dann kann ich den auch gleich Ausschalten Ah Fuck Wer ich? So Okay, nice So Wie gesagt Lagerfeuer mitnehmen So Zack Hier ist noch was zum Heilen Heile ich mich auch mal eben Gut Und werde meinem Tier schnell speichern So Hier noch was mitnehmen Und dann Gut, shit Der Sigma will prüfe Drei als Geschichte Jetzt muss ich da hinten noch hin Leute Ihr kommt hier alleine klar Oder muss ich euch noch helfen? Achso Ich habe schon Maschinenjäger gesehen Aber keine wie dich, Fremde Du bist unglaublich Dankeschön Was? Die Liedkerne sind weg Was? Das ist unmöglich Außer Außer die Reed hat sie geklaut Als die erste Welle angriff ist, ist ein Mann geflohen Die Reed Ich dachte, er sei feige Doch er ist auch noch ein Dieb Er kann nicht weit sein Stimmt Aber wir können ihn nicht verfolgen Dann mache ich das für euch Aber diesmal Gegen Bezahlung Das ist in Ordnung Bring die Liedkerne zurück Und ich zahle Nice Alter, wie viele Nebenmissionen Ich habe mal gekriegt Warte Jetzt habe ich eine andere Nebenmission gemacht Während ich eine Nebenmission gemacht habe Oder wie? Bootstätte Sigma Habe ich immer noch nicht gemacht Überprüfe Drei als Geschichte Alter Äh Bootstätte Sigma Was mache ich denn mal eben? Ja komm, ich hole den Dude mal eben wieder zurück Ach man Wenn der die Reed Ah, wir müssen uns vielleicht in den Spur markieren Das gehe ich ja noch mal eben schnell hin In dieser Folge Und das nehme ich auch noch mal mit Auch wenn es mir kein Leben bringt Äh, das nehme ich aber auch mit Auch wenn mir das Leben bringt So Alter, das ist schon wieder Alter, es sind zwei Ja, willst du mich denn verarschen? Einfach Einfach langlaufen Einfach Einfach carry on Wer bist du? Hä? Bist du die Reed? Hallo, die Reed Wer bist du? Die Karawane schickt mich Karawane? Welche? Die Sabotierte? Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden Keine Zeugen deiner Tat Hör zu, Fremde Ich habe Schulden Wenn ich nicht zahle Werden die mir den Kopf abreißen Alles klar Das war's jetzt Worth it Ich kann nicht immer noch sehen Okay, Moment Mal im Heilen Habe ich was geworfen? Warte, er hat was geworfen Alter, das ist ja nervig Wo ist denn er jetzt? Da ist er Du bleibst hier stehen Kritische Treffer Oh, scheiß Teil Au Ja komm, verbrenn doch jetzt Und komm schon Und Nein Jetzt Meine Güte Was war das? Ein Pirscher Oh, die 23 Schadenspule Die möchte ich mitnehmen Die möchte ich ganz sicher mitnehmen Da werde ich auch so eine Spule Entfernen Kann ich die eigentlich aufheben? Kann ich sogar Cool Ah, ich will die Pirscher Spule mitnehmen Alter Verwalter Mal, hier sehe ich aber noch Leben Beziehungsweise Heilung Die werde ich mir auch schön mitnehmen Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen Ach du Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine Was ist das denn? Ein Feuerbrüllrücken Okay Haut aus Synthetische Muskel- und Betriebssystem schützen Lohrbehälter Okay Frachtbeutel Die Zerstörung des Beutels Deaktiviert Den Elementarangriff Und löst Okay Schlund Okay Wisst ihr was? Heute mal eine etwas längere Folge Würde ich mal sagen Die haben wir noch nicht bemerkt Gut Aber Frischer Treffer Das hat ihn so gut wie Kaffeechan gemacht Moment So Komm mal hier hin Komm mal hier hin Komm mal hier hin Schatzi Komm doch Komm schon Das juckt den nicht Das juckt den echt nicht Was ist denn los mit dem? Schön aufs Bein Wenn er will Kann er sich gar nicht mehr vorbewegen Komm mal ein kritischer Treffer Zack Zack Und Gib ihm Warte an seine Schwachstelle Hinten und unten Ach der ist vielleicht gegen Feuer 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 Safe Ja Macht Sinn Nein Nein Das war sein Bein Na komm Ich wollte schon die Folge beenden Ich soll auf den Boden jetzt So Könnte schon Treffer Nice Vorher das Ding gleich zerstöre Aua Boah Schnell gegenheilen Alter Das war knapp All unten halten Okay Gut dass du das gemacht hast Wie schlecht dass du das gemacht hast Komm schon Au Natürlich treffe ich das Nein Komm schon Komm schon Einmal noch Einmal ein paar mal noch Au Mal gegenheilen Holy shit Ey Was sind das hier für eine Gegner Ach du Heilige Weiter weiter drauf schießen Ja Kann ich Das war nicht so schlau So Rede mit der Reed Das mache ich nur mal eben kurz Auch wenn die Folge jetzt schon viel länger geht Als ich dachte 24 Minuten Das geht aber noch Oder bin ich ins Dorf Oh man kann nicht rechnen Na ja 34 Minuten Äh 24 Geht noch vollkommen klar Aber holy shit Was hier für Monster sind Man kann nie wissen Wann man das mal braucht Genau zum Beispiel jetzt Guten Tag die Reed Die Karawane Leben sie Ja Ich kam rechtzeitig Danke Wenn ich jetzt Die Sonne umarme Verbrenne sie Meine Sünden Zu schade Immerhin hat er noch Reue gezeigt Ja So Liedkerne Gesundheitstrank Und Jägerpfeile Das finde ich super Dass ich Ähm Gesundheitstrank kriege Und ich höre wieder Große Sachen Das ist aber auch krass Hier ne Mit den Monstern Ach ja stimmt Die beiden waren hier Gut dass sie das Gar nicht mehr gekriegt haben Wo ich den Dings getötet habe Das wäre der Shit gewesen Zwei Jäger In zwei selbe Zähne Und ein so ein Brüllmückenkäfer Riesenfeuerspuckviech Ich weiß nicht mehr wie er heißt Ich habe sie jetzt schon vergessen So Und da ist noch mal ein Wildschwein Ist mir aber egal Dann kehre ich mal eben zu Macht Savit Ja Gehe ich mal wieder zu ihm zurück Guten Tag Mein Freund Kein Problem Wir reisen weiter Wenn sich alle erholt haben Sollte glatter laufen Wenn kein Dirid uns sabotiert Warte mal Ich habe aber jetzt Nicht nur Den Dings gekehrt Den Dings getötet Den Piercher Also ich habe ja auch noch Eigentlich Das andere Viech getötet Das nehme ich für unterwegs mit Okay Dafür kriege ich wahrscheinlich Keine Prämie Beziehungsweise Habe ich keine Prämie gekriegt So Nehme ich das noch mal mit Und Das da vorne Und dann habe ich da Gerade noch was Grünes gesehen Und dann beende ich die Folge Endlich Ihr seid entlassen So So Auf jeden Fall Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr euch die Türen Daumen hoch geben Und so weiter und so fort Und Ryan Bis zum nächsten Mal Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.